Geht's euch gut? Habt ihr eine gute Zeit bis jetzt? Ich fand es gerade noch ein bisschen leise. Können wir das vielleicht nochmal machen? Habt ihr eine gute Zeit bis jetzt? Sehr schön. Ihr seid so spontan, das freut mich. Als nächstes, ihr habt sie gerade vorhin schon reden gehört und an ihrem Reden habt ihr wahrscheinlich erkannt, dass sie sehr, sehr hoch gebildet ist. Und das war jetzt eigentlich kein Witz. Wenn jetzt, sie ist jetzt verletzt, also sie hat sehr, sehr wichtige Meinungen und eine Meinung ist zum Beispiel, dass die neue Serie Pose auf Netflix, wer hat sie schon gesehen? Einmal guck, die Handheben, wer hat Pose gesehen auf Netflix? Shame on you. Das ist ein wirklich gutes, habt ihr Netflix oder könnt ihr euch das nicht leisten? Also, sie macht eine Performance inspiriert zu Pose und vielleicht verleitet euch das ja, euch Pose anzuschauen. Macht auf jeden Fall riesen, riesen Kraft für LUNALECTION! Ja, das ist ein wirklich gutes Zeichen!